Und damit willkommen zurück bei Let's Play The Walking Dead. Letztes Mal sind wir hier mit Clementine in Prescott angekommen. Und ja, wir sind jetzt hier in einer Kneipe und wir werden jetzt mit unseren besten Manieren, die wir haben, hier ein paar neue Freunde hoffentlich finden. Interessant. So, was ist denn hier mit ihm? Ihn können wir angucken. So, warte mal. Hier, war da noch was? Nein. So, was ist das? Out of order? Oh nein. So ein Mist. Er pennt auch. Was gibt's hier? Mit dem abgewichsten Spielbrett da. Hier können wir nicht lang. Wir können also nur... ...mit den beiden hier quatschen. ...oder aber wir gucken uns da hinten mal die schicke Schrotflinte an. Gute Frage. Gut, also quatschen wir mal mit ihm. Gute Frage. Gute Frage. Gute Frage. Gute Frage. Was? Witz du vielleicht ein Autogramm? Äh, warte mal, warte mal, warte mal, 8, 8, 8, 8, ähm, soll das passen? Farbe kennen? Tja, gib mir lieber die Schrotflinte dahinten. Hahaha, that's the weak stuff. Don't turn away from me, I'm talking to you. Oh shit. Hey, what's the point in talking when I already told you a deal is a deal, and it's done. What's going on? This guy ripped me off. I traded him a crate of perfectly good batteries, and he gave me a box of bullets that won't fire. He could have gotten both of us killed. Oh yeah, who the fuck are you, a bodyguard or something? Ja, das bin ich, ganz locker, sie braucht keinen. Ich denke nicht, dass sie einen braucht, aber, ja, kommt. Wir stehen ihr mal zur Seite. Äh, äh, weh, du kannst nicht sogar bewertet, dass ich die Bulte verkauft habe. Oh, hey, Clem, komm mal. Er weiß, dass die Bulte nicht funktionieren. Schau an ihn, er ist nicht immer nervös. Ich könnte ja auch sterben, wegen seiner Bulte. Unvermesslich. Schau mal! Oh, der Wichser! Äh, Q! Und E. Genau. Die Schnauze. Ich kontrolliere sie nicht. Du musst aufhören, Clem. Oh, ich denke... Boah, hat sie ihn gerade echt abgeknallt? Oh, nein. Oh, nein. Es ist, wie sie gesagt hat, so ist das nicht passiert. Okay, wir haben Zeit. Wir können uns Zeit lassen. Wollen wir sie an Geralt hier verpetzen? Ich glaube nicht. Ich meine, sie hat ja gedacht, dass die Kugeln nicht funktionieren. Hatte ja vorher auch bei der einen, die sie da abgefeuert hat. Hat's ja auch nicht geklappt. Es ist, wie sie gesagt hat. Schlechtes Geschäft. Oh, Mann. Oh, Mann. Wir sind ein Team. Ich denke, die beiden passen ganz gut zusammen. Ich bin Eleanor. Ich bin, was für einen Doktor hier passet. Die Kugeln hat es manchmal überprüft. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Ich bin, was für eine Kugeln ist. Du findest mich gut aussehen. Nein. Nein. Fuck. Nein. Wir sind ehrlich. Sie ist nämlich nicht durchgedreht. Er hat es verdient. Die Situation ist ausgeufert. Lass einfach hier raus. Ich will keinen Ärger machen. Du hast heute bereits genug getan. Ja, lass uns hier raus, hm? Ich will keinen Ärger machen, ja. Ich will keine Probleme für Sie. Das ganze Sache hat sich... ...zurem... Ich verstehe, aber... Elinor? Wir müssen sofort aufbrechen. Wir wollen deine Hilfe nicht. Klingt gut. Ja, hier. Ich muss zurück auf den Weg zu ASAP. Javier, ich bin hier nicht negatiert. Trepp, es scheint nicht richtig, zu warten. Javis' Leute, sie können einen Medik brauchen. Nein, keine Chance. Ich werde dich nicht in diesen Schmerzen wieder bringen. Das ist nicht dein Geist. Schau, vielleicht gibt es noch einen Weg. Wir haben eine Rear-Gate, auf der anderen Seite des Flughauses. Was ist mit der Herde? Das klingt nach Ärger. Das klingt interessant. Genau, warte mal. Was ist mit der Herde? Okie dokie. Morgen früh mit Tripp gehen, heute Nacht mit Eleanor gehen. Wenn Clementine ihm mehr vertraut. Ich denke, Clementine ist da schon recht erfahren, was sowas angeht. Und, äh, ich denke, so schnell, wie sie uns da jetzt helfen wollte. Ich glaube, das ist einfach nur, nur irgendwie so ein Test, denke ich. Also, wir, äh, gehen mal mit Tripp. Mit Gerald. Ich denke, es hat mehr Muscle, nur in der Fall. Wir warten, und gehen mit ihm. Ich bin glücklich, dass du endlich aufhörstst. Du wißt, wenn ich dich kennengelernt habe, ich dachte, dass du einfach ein Arschluss bist, wie alle anderen anderen. Und zu denken, dass, wenn wir erst kennengelernt, du nearly bliebte meine Hände. Ja, ich denke, ich habe den richtigen Geist. Das ist jetzt bestimmt ein Flashback. Ist das etwa... Genau. Du hast es verscheucht. Es ist nicht Spielzeit. Das war... Das ist Abendessen. Das ist Abendessen. Bist du nicht? Wir sind aus dem Essen, AJ. Wir werden sterben. Also, er sieht ja schon noch sehr gut genährt aus, ne? Äh... Wir wollen das Auto nicht aufmachen. Wir wollen einfach gehen. AJ, bleib hier, während ich uns dinner finde, okay? Tell me, du verstehst. Sei tapfer, AJ. Ich weiß, dass du Hunger hast. Ich werde in der Nähe bleiben. Außerdem müsstest du das ja sowieso gewöhnt sein, ne? Im Auto da irgendwie... ...warten zu müssen und eingesperrt zu werden. Ich will den Hasen nicht erschießen. Oh nein! Oh nein! Ich will den Hasen nicht anschauen. Der arme Finger. Der arme, arme Finger. Okay. Okay. Hey, Clem. Wir sind fast da. Bist du neidisch? Genau, sie ist ein guter Mensch. Vielleicht. Sie ist ein guter Mensch. Ja, Eleonor hat ein großes Herz. Das ist für sie sicher. Leute, das ist das Ort. Oh, verdammt. Was ein Schuss. Jesus. Es muss hunderten von ihnen sein. Kate ist gut in der Krise. Sie wüsste, wie sie zur Schutz. Was ist das? Was? Was? Kassettenspiele. Ein Hammer. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, dem einfach mal auf den Kopf zu hauen vorher. Marianna. Marianna? Marianna, hörst du? Javi! Oh. Oh, mein Gott. Du bist sicher. Ich kann nicht glauben. Du hast mir gesagt, woher schlafen. Ich habe nur gehört, was du gesagt hast. Bleib dich in und nicht rauskommen. Nicht mal, wenn es kassiert ist. Es fängt durch meine Hände, wie auf einer Lübe. Ich weiß nicht, wie lange ich da war. Ich weiß nicht. Ich bin so sorry, dass ich dich verlassen habe. Ich habe versucht, dich zurückzukommen. Du musst nicht so sorry sein. Du sagst, dass du zurückkommst. Und du hast. Kate. Und dein Bruder. Wo sind sie? Wir wurden verletzt, als der große Bunche der Muertos kam. Kate brachte sie, dass sie wieder zurückkommst. Und das ist, wo wir gehen. Wir gehen, dein Bruder. Oh, nein. Nein. Kein Zeichen. Sie müssen es so gesehen haben. Dann gehen sie irgendwo hin, um zu schlafen. Kate. Sie sind in da geblieben. Mariana, bleib zurück. So Freundchen, jetzt gibt es auf die Fresse. Äh, nach oben. Und einmal Q. Das ist doch ganz easy. Oh, nein. Hilf ihm. Javi. Du hast uns gefunden. Hey. Hey. Es ist okay. Ich habe dich. Sind Sie froh, mich zu sehen? Oh ja. Wirklich? Ja. Ja, komm. Das würde ich nie zulassen. Ich habe dich nicht getan. Ich habe dich nicht getan. Ja, du bist nicht hier. Die Hörte kam. Die Hörte kam. Und Mariana ist weg. Und wir waren wundern. Und wir waren wundern. Und wundern. Und dann... Ich habe mich so sehr schmerzt. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt. Du musst nicht schmerzen. Hey. Du hast dich erschossen. Ich habe eine Frau Freundin, die ein Doktor ist. Alsbald wir nach Prescott zurückkommen, wird sie dich sofort aufhören. Ich bin Tripp, übrigens. Ein Freude, dass du deine Freundin gemacht hast. Wir sollten zurückkommen. Ich will nicht unsere Glück. Wer ist das Kind mit der Schlacht? Sie hat mir das Leben gerettet? Nur eine Bekanntschaft? Clementine. Ist meine Freundin. Clementine ist ein Freund. Hi, da. Ich bin froh, dass ich mir helfen konnte. Oh, ich finde das so schön. Oh mein Gott. Javi. Haben sie hohe Wasser? Ich glaube schon. Gerald? Bubblebath? Bubblebath? Ich glaube so. Right, Tripp? Ich glaube, sie wird es herausfinden. Ich dachte, du wärst in diesem Ort. Ich habe. Ich habe. Ich habe nur... Ich habe nicht viel Zeit, um in meinem Jacuzzi zu relaxen. Du kennst? Du bringst uns noch Unglück. Ich kann mich glücklich schätzen. Äh, genau. Ja, da war noch was. Ich habe es auch nicht vergessen. Was? 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 Was ist da gerade passiert? Die haben die gerade einfach ernsthaft abgeknallt. Nein! Wir können sie nicht verlassen. Nein! Kate! Oh, du Scheiße! Oh! Was ist hier los? Kate! Stopp! Stopp! Hobby, hilf! Ich muss ihnen helfen. Geht nicht anders. Was? Was? Ich muss auf. Das ist unglaublich. Ich weiß. Ich muss mal so was. Ich weiß. Ich weiß. Javi. Und es gibt Zeit für alles. Aber nicht jetzt. Kate braucht einen Doktor. Ja, das denke ich auch. Ja, wir müssen gehen. Ja, die Antworten sind... Ich meine, ich würde sie gerne umbringen, aber... Okay, wir bleiben und kämpfen. Ja, klar, eine Rohrbombe, hm? Ja, werfen! Was habe ich nur getan? Oh Gott. Oh Gott. War das gerade das Ende von Episode 1? Oh, ich kann nicht mehr. Hast du die Nacht auf dem Schrottplatz verbracht? Nur in 47% der Spiele noch lesen in den Schrottplanen. Hast du Rufus erschossen oder ihn gehen lassen? 57% Was geschah nach der Schießerei? Du und 94,8 der Spieler wurden eingesperrt. Also Prozent, nicht 94,8 Spieler. Wer hat dich zum Schrottplatz gebracht? Du und 53,4% der Spieler gingen mit Geralt zum Schrottplatz. Ach, krass. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Du und 83% der Spieler blieben bei Clementine. Unglaublich. Also, das ist so typisch Walking Dead, ne? So den, in dem einen Moment freut man sich noch, ne? Und denkt sich, ach ja, alle sind gerettet. Und auf einmal bekommt da das, das Mädchen einen coolen Kopf. Ich glaub's nicht, ne? Unglaublich. Hol dir Game of Thrones. Eine Telltale-Serie. Ja, hab ich schon längst. Wollte ich auch schon längst mal gespielt haben. Eine epische, sechsteilige Serie. Ne, 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 ne. Oh ja. Das werden wir irgendwann auch noch tun. Ich brauch ne Pause. Ich brauch sehr dringend ne Pause. So. Alles klar. Dann würde ich sagen, äh, machen wir hier wirklich ne Pause. Und, äh, sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir mit, äh, Episode 2 beginnen. Also, bis morgen. Ne, äh, bis übermorgen. Ciao.